Wofür steht BHF? Bester Handwerker Frankreichs. Ich weiß nur, dass man dafür hart arbeiten muss. Bestellung 14 und 15. Jawohl, Herr Kett. Junge Mann, wer hat dich angestellt? Ab morgen ist er nicht mehr da. Darf ich was probieren, bevor Sie mich rausschmeißen? Den werden wir behalten. Pünktlich 8 Uhr und präsentabel. Jawohl, Chef. Ist das der Personaleingang? Den nimmst du in Zukunft. Okay. Dass du hier bist, in einem Heim hat Gründe. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns nicht reinpasst. Er sieht es talentiert, hat er gerade bewiesen und du machst das kaputt. Was bringst du da mit? Hier machen sie mich fertig. Der beste Chocolatier werden. Das wird mein Leben verändern. Bevor ich euch stehen lasse, möchte ich wissen, ob jemand Interesse hat an der Qualifikation für das französische Patisserie-Team teilzunehmen. Bravo. BKF. Bester Kameltreiber Frankreich. Ich brauche jemanden, der mich sponsert. Ein Champion hält den Tag weiter so. Chef, wie wird man der Beste? Von wegen Paris-Brest, dass es Paris-Brest-Dünsch ist. Willst du der Beste oder ein genialer Patissier werden? Wir winnen das Ding. Und woran erkenne ich den Unterschied? Merkst du? Das da ist der kleine Wagen. Ja, der kleine Kochtopf. Verahst du mich? Glaub ich nicht. Der Typ sieht überall Töpfe. Der Typ sieht überall Töpfe. Untertitelung des ZDF, 2020